Endlich Ferien! Für mich als Familienvater heißt das, ich muss die nächsten neun Wochen nicht Elterntaxi spielen und ich weiß ganz genau, wer in den nächsten Wochen die Focken füttern in Rosenmann und die dreckige Mist drin ausputzen wird. Ich gratuliere allen, die ein gutes Zeugnis haben und diejenigen, die das Zeugnis vielleicht nicht so gut ausgefallen ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist momentan nicht lustig, aber glaub's mir, der Frust und der Ärger, der verraucht. Und es ist eigentlich scheißegal, welche Noten ihr in der Schule habt. Ich kenn so viele Flaschenkäfte in der Schule, absolute Vollclasher waren, die jetzt einen guten Job haben, die gut verdienen. Und an die Eltern, die sich aufregen, wenn ihr Kind vielleicht jetzt ein Vierer statt ein Zweier habt, da habt ihr sonst keine Probleme. Seid doch einfach froh, wenn die Kinder gesund sein können. Ich weiß genau, egal welche Noten ihr habt, aus euch allen wird irgendwann einmal was Gescheites werden. Und falls jetzt irgendwer sagt, ich hab's ja kein gescheites Schuljahr gehabt, ich hab's euch die Ferien gar nicht verdient, die sollen einfach alle die Pappen halten. Die wissen ja gar nicht, wie schwer das war, sich in diesem Home-School, Office-Disticing-Learning, den ganzen Schmarrn allein beibringen zu müssen. Ich weiß genau, ihr habt in diesem Jahr Großartiges geleistet, und ihr habt euch die Ferien vollkommen verdient. Und ich wünsch euch allen einen schönen Sommer. Pfiat euch! problèmes Ton und sprich temporarily mit zehn